Von unserem Dekutor August bestritten und von Polos Retiarius als Retiaria. Eine klassische Phase. So ist ein Hundertvorskristus durchgeführt, beziehungsweise in der Veränderung von Hundertvorskristus, das der Dekutor, den den Retiarius nennt. Der Helm ist so geformt, dass die Schleppen an dem Helm hängenbleiben soll. Da kommt man vielleicht doch knapp. Als sogar ruhiges Puminos, danke. Nein. Pugnade! Wie man hier schön sieht, hat er sein Netz verloren. Jetzt wird er abgelegt und nimmt sich nun als Zweitwaffe sein Dolch. Das ist doch eine kleine Überraschung gut. Sehr schön. Ja, sehr schön. Bisschen Anfeuerung! Jubel! Ihr dürft auch die Namen nennen! Polos oder Ursus! Ja! 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 Das war's. So wie man gesehen hat, ist Schnelligkeit nicht das einzig Wahre. Am Anfang glückte es sehr gut, oder? Ja, ja, ja. Aber zum Schluss hat es auch endlich die Konstruktion verlassen. In diesem Fall haben wir einen wirklich Gladiator, wo uns den Vierdorf entscheidet. Gut! Hat er nicht gekennst? Darf er noch eine Chance in der Arena haben? Ja! Kinder sind so brutal. Immer! Wer ist für Rebe? Der Schreie jetzt! Ja! Wer ist für den Kurs? Ja! Ja! Könnt ihr nicht sagen? Ja! Wo ist es? Ich lasse die Entscheidung mit dir. Es ist genau gleich. Dann ist die Ruhe ab. Glaubst du, er hat mal gekämpft? Nein! Anschein! Steier nach oben! Sie wollen noch einmal kämpfen! Ja! Nein! Faust du, Animalキped keine. Ja! Ja! Ja, 디자ine! Ocharervices! Cheers! Dwijk selbst! parfois zugef 믿! Genau! Ein protagonist! GesangVR!